Wie manage ich Digitalisierung in meinem Unternehmen? Mit dieser Frage beschäftigt sich praktisch jeder und niemand startet bei Null. Es gibt viele Optionen, wie man mit dem Thema umgeht, auch weil es sehr günstige Impulse aus der Technologie gibt. Die Technologie entwickelt sich einfach sehr stark weiter. Häufig kommt Entwicklungsbedarf auch aus der Businessumgebung, aus dem Wettbewerb und man muss eigentlich beide Perspektiven auf clevere Weise in Einklang bringen. Die Qualität, mit der man Digitalisierungsthemen schafft und bearbeitet, hat dramatische Auswirkungen auf die eigene Wettbewerbsfähigkeit. Das ist soweit bekannt, aber es hat auch Konsequenzen für die Bewertung von Unternehmen. Wir bei der Corporate Momentum glauben, dass die IT auf Sicht und auf mittlere, vielleicht sogar längere Zukunft ein echter Game Changer sein wird. Ich bin Tom Endres, Gründer und Geschäftsführer der Corporate Momentum und wir stellen uns auf als Digitalprovider und unterstützen in dieser Rolle Unternehmen und Executives rund um die Digitalisierung. Beim Peter-Herbweg-Forum werden wir diese Thematiken auch insbesondere um Nachfolgesituationen herum diskutieren, weil ich denke, bei Unternehmensübergängen ist der kluge Umgang mit Digitalthemen von besonderer Bedeutung. Ich freue mich auf Sie beim Peter-Herbweg-Forum.